Erdbeben, was geht Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal RORBIN. Heute mit einem Rohgold Farm. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal mit meinem Dämonenjäger einen Freihafen-Farm. Ja, ich habe es ungefähr auf eine Stunde, also im Normalfall einfach Rohgold zu farm. Und zwar, ich habe es jetzt zehnmal gemacht. Ich habe den Timer hinterher dann bei einer Stunde 13 angehalten, weil mein Charakter jetzt noch nicht ganz so overpowered ist, sagen wir es mal so. Mir fehlt auch eine Essenz, die ich aber so gut wie ganz schnell lockerflockig nachholen kann. Habe ich einfach, wie gesagt, mit dem Dämonenjäger, der hat ein Item-Level von 455 einfach zehnmal hintereinander weg, nur Mobs gecleart in Freihafen und dann hinterher noch den End-Boss, damit ich schneller wieder rauskomme, weil mittlerweile ist das ja nicht so schwer. Und dann halt auch noch auf Stufe normal. Und hinterher kam dann halt quasi dabei raus, also in dem Rohgold Farm. Also jetzt noch mal so ein paar allgemeine Daten jetzt hier eingeblendet. Der Ort ist natürlich Freihafen, das ist eine Instanz. Und der Charakter ist ein Dämonenjäger. Insgesamt habe ich eine Stunde 13 gebraucht für zehn Runs auf diese Instanz halt quasi und habe ungefähr plus minus ein, zwei Minuten. Es kommt darauf an, wie gut man halt gerade gespielt hat. Acht Minuten für einen Clear gebraucht. Die meisten werben halt immer mit sechs Minuten pro Clear. Aber, ah mein Gott, acht Minuten ist völlig in Ordnung, finde ich. Und man hätte natürlich auch noch jemanden mitnehmen können, dann hätte man nicht alles für sich gehabt. Dann haben wir natürlich noch den Loot insgesamt. Also ich zähle es als Loot. Der Rohgoldwert ist halt einfach 4294 Gold, 15 Silber, den ich einfach so verkauft habe inklusive natürlich Schrott. Und dann haben wir natürlich auch noch diese begehrten Leinen. Ich habe jetzt auf dem Charakter kein Schneider. Es ist kein Schneider, dieser Charakter. Man kann es natürlich auch noch verbessern, indem man wahrscheinlich mit dem Schneider einfach mehr lootet, weil der Schneider durch seinen erhöhten Skill auch irgendwann einfach mehr Stoffe lootet. Und ich habe noch 709 Gisch vernebelte Leinen bekommen. Ja, und halt 69 grüne Items innerhalb von zehn Runs. Dann haben wir natürlich das Gold insgesamt. 4200 594 Gold und 15 Silber Rohgold. Da ist natürlich der Schrott inklusive. Und dann haben wir noch die grünen Items, die habe ich am Ende verkauft. Ich wollte nur Rohgold generieren und dann hatten wir nochmal 3158,64 Silber an Gold gemacht. Das ergibt insgesamt einen Goldwert von 7452 Gold und 79 Silber. Innerhalb von einer Stunde für zehn Runs auf Freihafen. Man kann diesen Farben natürlich auch noch viel, viel verbessern, wenn man es so sieht, indem man jetzt noch jemanden mitnimmt. Dann macht man natürlich selber kein Gold, also in dem Sinne von Rohgold. Wenn ich jetzt innerhalb von acht Minuten, sieben, acht Minuten einen durchziehen würde und dann 5K pro Level nehme, bin ich in einer Stunde, nicht in einer Stunde. Ich habe es erst einmal gemacht mit dem Charakter auf 120. Ich habe es früher mal auf 111 gemacht. Auf 120 habe ich dann halt ungefähr zwei Stunden gebraucht. Das wären dann 25.000 pro Stunde. Das ist natürlich was ganz anderes als das. Aber das hier ist natürlich einfach nur ein Rohgold-Farm und ich sage mal 7500 Gold ist völlig in Ordnung, finde ich jetzt für mich. Innerhalb von einer Stunde. Man kann natürlich auch einfach die 4300 Gold, ich habe das jetzt ein bisschen aufgerundet, 4300 Gold nehmen und den Rest einfach verzaubern. Nicht verzaubern, entzaubern. Verzaubern könnte man das auch, aber es sind grüne Items, das ist ja Blödsinn. Da würdet ihr vielleicht natürlich auch noch mehr Gold rausholen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich einfach nur Rohgold generieren wollte. Und ich habe mir eigentlich auch gedacht, ich werde das dann nochmal irgendwann mal mit der Himmelsnadel gegenüberstellen, aber bis jetzt ist das für mich mein persönlicher einfacher Rohgold-Farm, den ich gerne mache, weil ich einfach noch nebenbei noch diese giftvernebelten Leinen bekomme, die ich einfach dann hinterher noch für ein bisschen Items zum Shufflen brauche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Es war dieses Mal ein wirklich kurzes Video, aber was soll man dazu auch großartig sagen, außer die ganzen Werte, die dabei rausgekommen sind. Falls das Video euch gefallen hat und ihr irgendwie Nutzen daraus ziehen konntet oder wie auch immer, ihr wisst, lasst mir vielleicht einen Kommentar da, vielleicht ein Abo oder so. Ihr wisst, wie das Ding auf YouTube läuft. Nachdem ihr das getan habt, wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Videos, die auf jeden Fall noch demnächst wieder welche kommen werden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out. Ciao.